Ich kann ja auch, wenn ich hier Vorräte trage, Patti muss halt nur rechtzeitig dann Bescheid sein. Was nehmen wir? Einmal bitte alle abgeben und alle Türbrecher abgeben, bitte. Alle. Ich gehe direkt zu deren Trepoche. Oh, da ist einer auf dem Weg zu unserem, beziehungsweise zu unserer ersten Tür. Immer wieder Türbrecher nehmen? Ja, immer Türbrecher, genau. Ich hole mal gleich zwei. Er hat sich Vorräte geschnappt hier. Man kann sich zwei Vorräte holen? Ja. Ja, du kannst zweimal einen Tag auch mit dem gleichen Haufen, du musst nicht. Wir sind schon bei uns hier hinten drin. Die Türbrecher, ja. Soll ich kurz mit rein kommen oder geh, wie schaffst du das? Genau, das Rebuschee ist jetzt gleich kaputt. Oh, hier sind Bogenschützen, hier sind Gegner, hier ist alles. Ich weiß ja nicht, ob es die erste Tod schießen soll. Na, dann hoch rein. Ich komm. Ist noch jemand bei den Vorräten mit mir? Wagen, zwei Verteidigen. Ja, ich gehe aber Vorräte holen. Völlig däffen. Ja, solange das geht, ist gut. Wenn die zu dritt kommen, habe ich ein Problem. Der Ele hat fast kein Leben mehr. Ja, dann füllen. Wir haben gerade nicht. Na toll, die haben unsere Türe offen. Weißt du, Tudre? Die haben unsere Türe offen. Wir haben die erst dann so schnell geschafft. Entschuldigung. Ne, ich habe bei mir ist gut von soüssischer Text gestanden. Äh, achso. Lass, 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 lass. Äh, da ist nicht mehr. Ich brauche Hilfe bei den Vorräten. Bin unterwegs. Dieb. Äh, den musst du machen, Patti. Ich krieg den nicht aus. Ja, ich, ich... Der hat die Wand davor. Das ist ein Wetter. Vieren, 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 schnell. Patti, weg, Patti, weg, Patti, weg. Ich kann nicht mehr. Ich liege hier schon seit 30 Sekunden. Irgendwann ist Feierabend. Und der holt sich gerade Vorräte hier hinten. Boah. Dieses Blocken. Das ist so ein Wächter wie du bist, weißt du? Was? Was soll mir das jetzt sagen? Ein Kuppelwächter. Ja, aber mit Trepp hab ich schon den Lockerdown. Locker. Trepp brauche ich gerne, der ist hin jetzt. Der war schon zu weit, der hinten ist. Ich kriege nicht mal den Tourette-Engie down. Der ist gleich down. Das falsche Trinklose repariert. Das geht auch? Ja. Der ist down. Vorräte holen, schnell. Schnell, schnell, schnell. Wir brauchen nichts weiter zum Finischen. Das ist nicht nötig. Vorräte sind viel wichtiger. Jetzt kommen wieder Türbrecher auf uns zu, gell? Jetzt kommt das Feuer. Was? Sind die schon in Helden? Bitte herkommen, ich muss vorräte wegtragen. Ich bin unterwegs. Ja, ich auch. Der Lieb ist noch da. Dann bleiben zwei immer hier und einer hier drüben. Ich lass euch die Bomben noch hier. Ich geh jetzt Vorräte wegbringen. Ja. Können wir schon mal interagieren hier? Sterben denn unsere Türbrecher alle? Ich bin jetzt gerade an dem Garth dran. Okay, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie alle hier an. Wo genau? Manni, geh du mal. Ich weiß Bescheid, wenn wir es tun. Äh, die sind jetzt bei denen. Ich bin tot. Drei Leute waren da. Treffen. Ja, aber du hast keine Vorräte. Hallo, komm zurück. Leute, ich bräuchte mal kurz selbst, wenn ich liege. Der Garth ist, äh, tot. Hier ist noch ein, hier ist noch ein Lieb. Äh, Diabla Romé. Ja. Du hast keine Vorräte. Hört ihr mir gerade zu? Ich hab zwei Vorräte. Also ich sehe nicht, dass du welche hast. Okay, gut, dann. Ja, unsere Dinger sterben gerade alle. Welche Dinger? Ja, ich hab gesagt, ich liege hier. Ja, alles stirbt gerade. Die werden gerade schon drei Leuten gekillt. Gut, dann brauchen wir nichts mehr wegschicken, dann sollten wir jetzt gucken, dass wir einen Helden hinschicken. Oder mehrere. Richtig. Hier kommt ein Held und hier kommt ein Held. Ich habe nämlich gerade, also ich habe aber so gut wie alle NPCs. Bin ich zu zweit bei den Vorräten? Ich habe so gut wie alle NPCs bei denen gekillt, wenn auch einer steht. Ja, ich habe auch wieder einen umgebracht. Oh, Dieb ist gleich weg. Wenn der sich wieder in Sichtbund. Komm hier rein. So, zu spät. Da liegt das. Nee, du kannst nicht. Nicht kann man. Komm mal kurz mit. Muss mal kurz sein. Geh, du legst. Wenn ihr in der Mitteilfebruch sagt, dann muss ich nur zurückkommen. Ich fiel kurz mit. Ah, nee, schon gut, schon gut, schon gut. Kannst du mit dir gehen. Was, 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 was? Nein, ich kann wieder gehen, ich habe den. Hast den? Bei Türbrechern auf dem Fall. Oh, da sind ja noch mehr NPCs. Held, hält, hält, hält. Gott, ich bin blind. Ich sehe nur noch einen. Ich gehe kommunizieren. Du musst das suche ich. Held, hält, 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 hält. Ah, sehr gut. Na, dann schicken wir gleich noch Dings hinterher. Sehr gut. Held ist losgelaufen. Ich bleib kurz in der Mitteilfebruch. Also, ich habe, ist noch, ist noch ein NPC von den Veteranen. Und zwar am Tor. Okay, dann komme ich da hin. Da sind aber zwei Leute. Ich laufe jetzt mit dem NPC, mit der NPC ist hier. Einer rennt Mitteilfe und einer rennt hier lang. Ich bin auch schon unterwegs. Boah, die sind trotzdem nicht gut. Auf den Aedern. Ich kriege etwas zu viel Schaden gerade eben. Und bin gefinisht. Aber unser Held ist durch. Alter, der Diebe ist ja mal echt krank. Die Vorräte gehören Ihnen. Gitter, Ele, meine Vorräte gehören. Ich bin auch gut. Alles klar. Die liegen zwar noch in Fühlen. Meine Vorräte haben sie gar nicht mitgenommen. Bei mir liegen zwei und bei uns steht der Inji wieder parat. Ja, es geht nach dem Tor. Ich bin gerade schön. Das ist schön. Das freue ich mich. Dann geht ihr noch. Okay, ich werde euch lautrasch machen. Tor ist down. Gut, rein mit euch. Alle rein. Sehr schön, mein Licht ist gerade gleich fertig. Würde ich auch rein. Wir haben 235. Oder, wir sind doch blau. Ja, ja. Na, wie ist ihr? Wie sieht es aus beim... Gut. 50 Prozent. 20 Prozent. 20 Prozent. 10. Nice. Oh, muss ich noch finishen. Die müsste sogar finishen. Das ist durch. Bam. Wie schnell der NPC das Tor down hatte. Ja, und ich habe bei uns vier... Aber ich habe gesehen, ne? Vielen Dank.